Moin Moin Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, leidest du unter Schultern, Nackenschmerzen bzw. hast du öfters immer das Gefühl, dass du immer mehr gestresst bist? Dann habe ich eine schöne Übung dagegen. Ich bin Matthias, dein Personal Trainer und ich zeige dir täglich eine Übung, die wir zusammen durchführen können, um Blockaden, Verspannungen und Verkürzungen im Körper zu lösen. Gleichzeitig aber auch die Durchblutung zu fördern, um den Stresspegel zu senken. Denn die Übungen wiederum verbessern deine Körperhaltung, du baust mehr Selbstvertrauen auf und du hast ein positiveres Auftreten vor anderen Menschen. Also Sportsfreund, komm mit mir mal hoch. Heute werden wir eine Schulter-Nacken-Übung durchführen. Komm mit mir mal in einen schulterbreiten Stand. Geh mal locker in die Kniebeuge runter, du spürst eine Anspannung im Oberschenkel. Jetzt räume dein Becken ein bisschen nach vorne und zieh deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule. Dein Bauch wird fest. Jetzt räume deine Schulterblätter zurück zur Wirbelsäule, sodass die Schulterblätter die Wirbelsäule berührt. Jetzt nimmst du deine Arme schulterhoch und jetzt bewegst du oder achtest darauf, dass du einen 90-Grad-Winkel im Unterarm-Oberarm hast. Und jetzt hebst du deinen Unterarm immer wieder hoch. Diese Bewegung führst du jetzt mal ungefähr drei bis fünf Minuten durch, bis eine schöne Wärme entsteht. Und Sportsfreund, denk immer dran, Support ist kein Mord. Kommentieren, abonnieren, wir sehen uns, bis dann.